Ha, 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 ha! Mürkan! Was geht, Jungs? Alles klar bei euch, oder was? Ja, kein Problem. Ey, Mürkan, guck mal, wir müssen jetzt heute anscheinend Kaspar finden, ne? Ihr werdet mich niemals finden! Oh, Ende hoch, Kaspar! Ende hoch, Kaspar, ne? Ihr müsst hier irgendwo sein, ne? Ihr seid jetzt so schlecht. Also, ihr müsst mich finden sozusagen, oder was? Ich hab das Spiel noch nie gespielt, ihr müsst euch noch ein bisschen erklären. Ja, nö, machen wir nicht. Hä, hä, hä. Ey, kann aber so unkorrekt sein. Das ist auf jeden Fall ganz einfach. Du bist einer von diesen NPCs, der gerade rumläuft und wir müssen dich einfach finden. Aber wenn wir einen falschen NPC abschießen, haben wir verloren, ja. Deswegen, und du musst auch so eine Mission machen, ne. Die steht unten rechts und je mehr du machst, desto mehr Zeit bekommst du halt. Guck mal, da liegt eine Joker-Karte. Hä, also wir können ja auch machen, dass wir eine Frage haben. Also einen so einen Joker haben, falls wir dich nicht empfinden. Stimmt, ja. Also sag dir jetzt so schwer, Bro, ihr seid zu zweit, ich kriege mich doch easy gefunden. Ey, warte mal, er hat gerade noch was gemacht. Er hat das Wasser vergiftet. Er hat das Wasser vergiftet. Oh mein Gott, ich weiß zwei Personen, die das Wasser vergiftet haben. Das war eine Frau und einmal ein Mann mit einem Hut. Hä, hier. Da, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ist das nicht der Typ mit dem Hut jetzt hier gerade? Ne, das ist der hier. Warte mal, ich weiß ganz genau, wer das ist. Sicher. Ja, guck mal, mit der Weste und dem blauen T-Shirt. Oh mein Gott, er hat wieder eine Aufgabe gemacht. Warte mal, er kam. Guck mal, hat mit dem Häftling gesprochen. Mit dem Häftling. Okay, ich weiß, wer er ist. Leonid, wer ist der? Wo ist er, wo ist er? Als wenn ihr so schnelles wisst, Digga. Ich weiß es. Nimm deine Hände hoch. Das ist der. Hey, runter. Warte, warte, das ist der. Das Ding ist, wenn wir auf ihn schießen, ist das falsch, dann gehen wir down, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ach so, ach so. Aber guck mal, du hast, diese Person hat Wasser vergiftet. Das heißt, sie hat zu sagen, nur einen Schuss, nur eine Möglichkeit. Ja, genau. Wasser vergiftet und kam danach vom Prison, Bro. Ich kann's eigentlich riskieren. Oh. Er läuft doch sehr, sehr, sehr komisch. Ich kann nicht schießen. Wie? Ich hab keine Munition, oder was? Na klar. Ja, läuft doch weg. Wie, weil, so. Was geht hier noch? Komm, wie er trinzt. Glaubst du, glaubst du, der tut nur so? Glaubst du, der tut nur so? Ja, ja, guck mal, er hat sich grad umgedreht. Das Durchweg-Durchgang hat grad gelacht. Ja, gut. Was ist los für euch, ne? Ich hab mich noch nicht mal gesehen, oder was? Äh, ehrlich jetzt? Ja, vielleicht auch schon, Digga. Aber das Komische ist... Das Komische ist, es passieren keine Aufgaben mehr. Richtig. Vielleicht bin ich aber auf Fivehead, Digga. Vielleicht bin ich auf Fivehead. Oh, oh, guck mal, die Zeit... Den falschen, Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich kann auch so schlecht sein, Digga. Einfach den falschen. Nein! Und genau, dann kam ne Aufgabe. Oh mein Gott, Alter, wie Peter. Wie Peter. Wie Peter. Ammonation. Ey, Möken, ich hab uns nicht vertraut. Bro, ey, das hat doch alles Sinn gemacht. Bro, ihr seid ja so schlecht, Digga. Alter, jetzt kommt... Er hat grad drei Aufgaben gemacht. Ja, ihr seid richtig schlecht, Digga. Was ist denn mit euch los, Jungs? Er hat an der Posttafel herumgefuscht, ne? An der Posttafel. Und das ist die andere Person gewesen. Schieß sie ab, schieß sie ab. Muss ja so sein. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Kaspar? Ich bin keine Frau. Du bist ne Frau. Ich bin keine Frau. Ihr seid so schlecht, Digga. Ich bin keine Frau, Bro. Ihr seid ja so hardcore schlecht, Digga. Ja, Alter. Ja, Bro, ich bin hier. Unglaublich. Oh mein Gott, das ist... Bro, du hast dich erwechselt. Du hast dich erwechselt, Digga. Du hast gesagt, so blaues Shirt, aber ich hatte einmal blaues Halstuch an, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Aber guck mal, oben rechts bei Dan, das ist der Zwilling. Real-Tack, ich wusste, dass er das ist. Das ist der Zwilling, ja? Ja, stimmt. Sieht gleich aus. Okay. So, Murkart, wir müssen die Augen aufhalten. Ja, der wird sich ja nicht weit schaffen. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier der Bandit, ne? Ich will ja nichts sagen, oder so. Okay, okay. Aber ihr werdet auf jeden Fall keine Chance geben, mich haben, Jungs. Dürfen wir auch mal eine Frage stellen, oder was? Ihr könnt natürlich auch mal eine Frage stellen, ne? Aber erstmal müssen sie, ihr seid ja auch zu zweit, ne? Wisst du das hier? Wieso redest du nicht? Das warst du letzte Runde. Vielleicht. Wieso redest du nicht? Vielleicht hast du Glück. Das warst du nicht. Wissen nicht. Also, ich sehe mal im Briefkasten, was für eine Aufgabe gemacht wurde, oder was? Genau, ja. Da siehst du mal die Aufgabe. Und dann kannst du quasi das Glück, ob du entweder richtig liegst oder falsch liegst. Was denn? Machst du jetzt gerade schon eine Aufgabe, oder läufst du nur rum? Ich würde niemals gerade eine Aufgabe machen. Sowas mache ich nicht. Was ist gerade? Sowas mache ich nicht, nein. Ich mache keine Aufgaben. Oh mein Gott. Murkart, da kam was rein. Okay, es hat gerade jemand das Wasser vergiftet, und ich habe gesehen, wer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es eine Wasser vergiften Aufgabe war. Da war dir eine Bombe platziert. Du bist der Pro. Wo hat das gemacht? Sie ist auf der Minimap unten links. Da waren wir beide nicht. Da wart ihr beide etwa nicht? Das ist natürlich ein bisschen doof für euch, ne? Bist du das hier? Bist du das hier? Mit dem Wolf auf dem Kopf? Nein. Nein, okay, ja. Ich würde sowas nie anziehen. Ja, in Ordnung, in Ordnung. So ein Hut. Vom Wolf. Na gut, das war eine Mütze. Ja, meine ich doch. Na gut. Also, ich bin gerade bei jemanden, der gerade eine Aufgabe macht, ne? Ja, ich überlege mal. Gucken wir mal. Das könnte jetzt richtig doof sein. Also, wir müssen mal gucken. Da vergiftet jemand das Wasser, so ein Winnetou. Ja. Wenn die jetzt gleich reinkommt. Ja, mal gucken. Mit so gelben. Der steht jetzt auch ganz still. Bist du Winnetou? Winnetou. Ja, mit so gelben Dingen. Oh mein Gott, das ist eine Aufgabe reingekommen. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Das könnte es sein. Guck nach. Ich ball dir in Winnetou im Auge. Ja, ja. Der Winnetou. Bro, da war ich gar nicht. Bro, der ist an mir vorbeigelaufen. Der ist an mir vorbeigelaufen dann. Okay, okay. Der macht es gerade echt gut. Ja, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, Jungs. Hier ist nichts los. Da sind zwei Leute gerade an der Kutsche. Das heißt, wenn die mit einem Gefangenen reden oder sowas. Neue Aufgabe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat er der Posttafel rumgespielt? Schon wieder? Ich mag gerne Posttafeln. Da war ich doch gerade. Er stand, er muss da reden sein. Ey, ihr seid zwei Sheriff und ihr seid ja richtig lost, Alter. Okay, ich habe eine Frage. Bist du eine Frau? Äh, weiß ich nicht. Ob man das als Frau identifizieren kann? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Dann weiß ich, was du bist. Warte, warte, bevor du stießt. Ist es eine Aufgabe reingekommen. Okay, guck mal nach. Hast du ein Kopftuch auf? Ein Kopftuch auf? Ja. Würde nicht sagen, dass ich ein Kopftuch auf habe. Aber so viele Fragen, Alter, habt ihr mich ja gleich. Ja, okay, ja, okay. Guck mal, ohne das vorzulesen, Kaspar. Oben rechts haben wir eine gelbe Nachricht bekommen. Oh. Das sollte sehr wichtig sein. Okay. Ey, was für eine gelbe Nachricht. Wie, was für eine gelbe Nachricht. Ja, okay, okay, okay. Ja, ich habe hier was im Auge. Ich habe hier zwei Sachen im Auge. Hast du auf deiner Seite auch die Sachen im Auge? Ja, es gibt nur zwei Orte dafür. Ah. Oh, was habt ihr gemacht, Jungs? Das sind genau die zwei Orte. Wie hast du das gemacht, Digga? Wie hast du das gemacht? Ey, das kommt mit der Zeit. Wenn man zu schlecht ist, dann kriegt man einen Tipp. Was hat er für einen Tipp bekommen? Bro, der OG-Tipp. Okay, ich bin gespannt. Okay. Ich meine, hat er das jetzt schon gemacht oder noch nicht? Nein, 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 niemals. Was soll ich gemacht haben, ne? Aber warte. Oh mein Gott. Schnell! Nach hinten! Nach hinten lauf! Es gibt zwei Stück davon. Da, ja? Wo ist der zweite? Ich weiß, wo einer ist. Da, hier im Sheriff. Okay. Rechts, links, einer. Beim Sheriff, ne? Beim Sheriff, ja, ja, ja. Okay. Guck hin, guck hin. Wen siehst du da? Gar keinen. Ich sehe hier einmal so einen Hut. Der geht dir ab zum Häftling. Der redet mit dem. Der redet mit dem. Knock, knock. Mit meinem Zylinderhut. Mit meinem Zylinderhut. Wenn jetzt die Nachricht kommt, dass er es gemacht hat. Ich verfolge ihn, ich verfolge ihn. Ja, ja, verfolge, verfolge. Bitte nicht. Jetzt hast du dich ausgebanditet. Gut, dass ich abgebrochen habe. Oh, stimmt. Ja. Oh. Oh, Schnell vor, du hättest es gemacht. Er hat sich jetzt hingesetzt von, hä? Ja, ein bisschen chillen, weißt du? Bisschen chillen auf entspannt. Das ist er da nicht. Das ist er da nicht. Wieso, ich weiß nicht, von dem du redest. Vorne. Ach, naja, Jungs, geht mal weg, sonst kann ich keine Aufgabe machen. Wieso kommt jetzt gerade keine Aufgabe rein? Ja, der ist hinter dir, ne? Der eigentliche, glaube ich. Oh, ich weiß, der blaue hier, ne? Oh, oh. Oh, was rein, oder was? Er hat eine Aufgabe gemacht. Er ist es nicht. Tja. Bitte jetzt, ich habe mit dem Prisoner geredet. Vielleicht bin ich es, vielleicht bin ich es auch nicht. Ey, drei Aufgaben. Ich bin vielleicht auch mehrere Personen, hä? Oh Gott, aber hat er geredet, hat er geredet? Nein, 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 nein. Was waren gerade zwei Leute? Er hat mit ihm geredet, safe. Dann sehe ich ihn. Natürlich. Dann habe ich ihn, glaube ich. Bitte nicht. Ich glaube, ich habe ihn hier. Blaues Hemd oder so. Nein, 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 er hat es noch nicht gemacht. Aber er ist noch nicht gekommen. Ah, okay. Aber guck mal, wir haben wieder oben einen Hinweis bekommen. Ah, oh, ja. Wichtigen Hinweis, ganz wichtigen Hinweis. Siehst du, was wir für einen Hinweis bekommen haben? Ne, ne? Ja, das glaube ich nicht. Ne, ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also er ist fast fertig. Guck mal, wir kriegen oben links jetzt gerade Tipps Level 3. Bedeutet, er braucht noch ein oder zwei Aufgaben. Ja, okay. Tja, Jungs. Es sind nicht mehr viele Aufgaben. Die Augen aufhalten in diesem Bereich, ne? Äh, 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 äh. Ah, 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 ah. Okay, alles gut. Hat er noch nicht, ne? Hat er noch nicht. Nein, nein, nein. Was habe ich gemacht? Ha? Mit dem Kutscher geredet. Was hast du euch gemacht? Da habe ich mit dem Kutscher geredet. Mit dem Zugkutscher. Ah, wegen dem Zugkutscher. Hier sind zwei, hier sind zwei. Ja, ja, ja. Einer von dem einen ist es. Mach du ein, mach du ein. Ich bin den linken. Okay, los. Ja, hey. Was soll das denn? Stark, Digga. Stark. Ihr schießt einfach random auf mich. Nein, nein, nein. Ja, Digga. Das war die. Das war die mit dem Grün. Das war die mit dem Grün, Digga, die ich meinte. Hä? Aber warum habt ihr denn, was für Tipps habt ihr denn bekommen? Dass du das Wasser vergiftet hast. Ja. Was ich das Wasser nicht vergiftet habe? Ja, ja, dass du noch machen musst. Oh mein Gott. Ey, das ist ja voll unfair, Alter. Das ist ja übertrie unfair. Ja, perfekt, Digga, sehr gut, sehr gut. Ey, jetzt schütze ich auch einfach random auf irgendeiner, dem ich Tipp bekomme. Gar nicht, was so random, Bro. Wir wussten genau, dass du das bist. Okay, okay, komm, wir halten die Augen offen, ne? Wir halten die Augen. Na, klar, wo bist du? Ich habe schon zwei Aufgaben gemacht, Jungs. Also ihr seid... Wahrscheinlich. Oh, er hat schon eine Aufgabe gemacht. Er hat eine Aufgabe schon gemacht. Das hat kein Spaß. Was hat er gemacht? Er hat getanzt. Hä? Was? Ich habe getanzt. Wo hat er getanzt? Wo kann man tanzen? Wo kann man tanzen? Wo kann man tanzen? Das ist jetzt die Frage. Ich muss Ausschau halten. Hier, im Salon. Hier. Hier kann man tanzen. Also es ist echt warm, da, wo ihr seid, wo ich gerade bin. Also es ist schon die richtige Richtung. Hier rechts kann man gerade tanzen. Hier kann man tanzen. Ah, ja, stimmt. Warte mal. Das heißt, er ist durchgezogen. Er ist echt sehr durchgezogen. Mal gucken, da vorne. Hier werden jetzt überall Aufgaben gemacht, ne? Da ist einer an so einer Tafel gerade dran. Wenn der jetzt nicht mehr auf... Warte mal, das könnt ihr sagen. Was ist auf der Tafel? Ah! Was war da für eine Aufgabe? Guck mal nach. Warte mal, wenn das jetzt... Hier ist ein mit dem grünen Tuch. Und so ein Zambrerien auf dem Rücken. Wenn das jetzt irgendwas mit Äpfeln ist oder sowas, ne? Ihr habt mich gefunden. So. Ich habe das Obst geklaut. Ich gebe es zu. Ich glaube, das war der, oder nicht? Um den Tod seines Paares getrauert. Das war der, der an der Tafel, glaube ich, hier war. Das war echt traurig. Bro, ich glaube, der war an der Tafel hier, weil er so... Nein, man trauert doch, man trauert doch. War der schon wieder eine neue Aufgabe? Ja, Jungs, also... Oh, okay, guck nach, guck nach. Es sein. Brunnenwasser vergiftet. Das Brunnenwasser. Ihr seht unten links auch auf dem Video immer markiert, wo es war, ne? Ja, stimmt. Ah, ja, okay. Warte mal, dann macht das sogar Sinn mit dem... Dann weißt du... Warte mal. Es kann aber schon lange her sein, weißt du. Es kann schon lange her sein. Ach, das ist ja richtig, Digga. Ich finde auch gut, wie ihr zusammen durch die Gegend läuft. Also, ich... Ist denn das hier so ein Ding? Werden die euch denn? Oh, warte mal. Wie eine Aufgabe? Nein. Nein, nein, hier ist sowas. Was war das gerade? Du, das ist Hinweis Level 1, hab jetzt schon. Irgendeine Arbeit hier gerade bei der Mine. Okay, was warst du gerade? Wir sind direkt an jemanden vorbeigegangen, ne? Ah, oh Gott. Denk dran, du siehst auch die Aufgabe unten rechts, ne? Du siehst auch unten rechts, das heißt... Ah, die er machen muss? Okay. Ja, nur nicht, die er schon gemacht hat. Ah, okay. Das heißt, irgendwo muss er ja hier sein. Oh, was ist das schreckt gerade? Also, das... Machst halt keine Aufgabe, ne? Hä, was geht ab, Jungs? Geht's euch gut? Er macht gerade keine Aufgabe. Ah, er sagt... Glaube... So, wer ist dein Leben hier? Wer ist dein Leben hier, Mökan? Was hat... Was hat denn die... Wer neben die ist? Ja, ich weiß nicht. Oh, warte, warte, ganz kurz. Hier, beginnt es mit einer? Ja, gehen wir mit der gelben Frau durch die Gegend, Bro. Wann kriegen wir denn dieses gelbe Tipp-Level hier? Ich will jetzt auch mal Tipps bekommen. Also, hier hat keiner vergiftetes Wasser, ne? Mal gucken, ob das... Ja, das Ding ist, er muss das Wasser theoretisch vergiften. Achso. Aber klar können wir das auch machen, um das halt so zu tarnen, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Indiana. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schieß! Oh, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht. Hä, ich hab noch keine Idee. Bro, jetzt hat er noch keine Aufgaben mehr gemacht. Er macht dir noch keine... Er denkt, er hat auch immer zu viel Zeit. Oh, warte mal. Ich hab nicht so viel Zeit mehr. Eine Pause? Hat dir ein Schild irgendwo? Wie? Okay. Eine Pause gemacht. Eine Pause gemacht. Und er hat noch irgendwas anderes gemacht. Warte mal, hier hat jeder gerade Wasser vergiftet. Oh nein. Oh ja. Oh mein Gott, wo, wo, Kasper, wo? Hier, genau, ich guck dich genau an. Ja? Wo gehört das? Genau vor mir. Ich hab Geld geklaut, lass mich. Wo kann man denn das Wasser vergiften? Wo geht das? Hier vorne, hier vorne bei mir. Hier, da bei dem Briefkasten. Oh nein. Rechts, links, hier und diese beiden Spots. Da vergiftet gerade einer, mit dem blauen. Ich vergift gerade das Wasser. Aha. So. Oh, oh, Jungs, da. Äh. Warte mal. Hä? Ah, hab ich deutlich, das Wasser vergiftet? Mit Zungen gestohlen? Mit Zungen gestohlen. Okay, du siehst das gelbe, Kasper, ne? Ja, ja, ich siehs, siehs. Weißt du, das ist nämlich dort. Ja, hallo, hallo. Dann ist er. Nein. Nein. Wie da hinten ist er? Das glaub ich nicht. Hände hoch. Nein, er war. Wie? Der Munitionsladen. Der Munitionsladen. Sag mal, was macht er jetzt hier die ganze Zeit gerade? Okay, halt Auge auf, halt Auge. Ich glaube, der war beim Bestatter, Alter. Er macht die eine Aufgabe nach dem nächsten. Ich werde jetzt auch durchziehen, Jungs. Also, das ist, äh. Hä? Bist du das hier? Ich glaub. Also, ich sag's so, wie es ist, es wurde schon zweimal auf mich gezielt. Was? Echt? Ihr habt auch Fragen, ne? Ihr fragt gar nichts. Bist du eine Frau oder ein Mann? Ich bin ein Mann. Ein Mann? Okay. Ja, es wurde schon auf mich gezielt. Alter, was macht der alles? Boah, er ist am Schritt, Digga. Ja. Er tut. Okay? Posttafel. Okay, mein Idiot. Posttafel? Hast du gerade noch gesagt, was ich machen muss? Oh. Nee, nee, nee. Ich kippe nur gerade. Das ist so ein Idiot, Digga. Sag's doch lauter. Jetzt kann er es nicht machen. Jetzt kann er es nicht machen, Digga. Ja, aber sonst hat er geheimnismäßig gemacht. Ich weiß nicht mehr, wo die Posttafel ist. Sieht man noch auf der Karte eben, wenn es gelb angezeigt wird. Er sagt einfach Posttafel. Ja, keine Ahnung. Ja, die ist hier irgendwo. Ich weiß schon. Ich meine, Leute kannst du nicht machen dann. Er sagt, er ist ein Mann. Ich bin ein Mann. Okay. Dann zeig dich. Oh, Digga. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist er. Das ist er. Oh. Hat er gemacht? Ah. Was? Ich habe die Posttafel, oh mein Gott. Ihr wart die ganze Zeit von einer Seite. Nein. Du warst der Sombrero? Du warst der Sombrero? Der blaue Sombrero. Ich hätte den blauen Sombrero, ja. Was? Er hat gerade die Posttafel gemacht. Oh, nein. Nicht schlecht, ey. Ey, das darfst du doch nichts sagen, Kaspar. Oh, la, 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 la. Oh, die grüßt. Oh, oh, oh. Was geht? Oh, oh. Hi, hi, was geht? Hallo, Mr. Pikachu. Hast du das? Ey, hast du heute Lust, Suchen und Verstecken zu spielen? Oh, mein Gott. Ich werde dich jedes Mal filmen. Alter, du sollst ja nicht rumtanzen. Ey, aua. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit, Mann, ey. So, jetzt wirst du dich verwandeln und dann versteck dich, okay? Ich werde dich suchen. Pass auf. Okay, dein Versteck... Oh mein Gott, da bin ich. Versteck dich mal ganz hin. Ich sag dir... Ich guck da auch nicht hin. Ich geh hier oben auf den Berg rauf und werd dann nicht... Ja, okay, okay. Sag mir, wenn du versteck bist. Na, ich mach dich hier oben. Du wirst mich niemals finden, Seite, so wie es ist, ne? Na gut, na gut. So, ich muss ganz kurz... Ich werde mich hier bei der Farm verstecken, ne? Nur damit du beschleidigst. Ja, da, wir machen generell in dem Bereich, würde ich sagen. Gucken wir mal. So, bist du versteckt, oder was? So, ich komm. Ich bin noch nicht versteckt. Warte, warte, warte. Na, du brauchst ja zehn Jahre, um dich zu verstecken. Was nimmst du dafür? Okay. Schlecht. Okay, ich komm. Ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, aber ich weiß auch nicht, als was du jetzt verwandelt bist, ne? Ich weiß ja nicht, als was du versteckt sein kannst. Das kann ich dir auch noch nicht sagen. Bist du... Du musst mich... Ich kann fragen, ne? Also, du darfst nur mit Ja oder Nein antworten, oder? Okay, 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 ja. Bist du in der Nähe bei diesem Spielplatz hier? Äh, nein. Nein, nein, bin ich nicht, nein. Nein, okay. Bin ich nicht. Man darf drei Fragen stellen, Sankte. Okay, 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 okay. Bist du bei dem hinteren Feld von der Farm, also bei der Nähe der Windmühle? Nein, bin ich auch nicht. Auch nicht? Alles entspannt. Ich seh dich. Wie jetzt? Oh mein Gott. Du bist das hier. Ja, Mann. Hey. Au. Das bin ich nicht. Das bist du gar nicht. Das war irgendwie so ein Hund. Okay, warte mal, wenn du das nicht machst, dann bist du vielleicht ein Zudat Autos. Wenn, sag dir auf jeden Fall, mir geht ein Licht auf. Oh nein. Nein, das glaube ich nicht. Du bist die Laterne. Ich bin die Laterne. Ich hau rein. Steh in deinen. Hey. Hau rein, ich flatter weg. Alter. Ich flatter weg. Alter, du bist einfach Laterne. Wie kannst du das denn? Wie kannst du so hochspringen? Ja, guck mal, hau rein jetzt hier. Ich geh jetzt. Bro, ich komme gar nicht mehr ran damit hier. Okay, okay, pass auf. Dann, du darfst jetzt verstecken. Okay, ich verwandle mich, ich verstecke mich und dann musst du irgendwo hingehen und dass du nicht guckst, ne? Ja, ich muss auch kurz bei mir ein anderes Ding ins Holen, ein anderes Tier, das ein bisschen Daller ist. Mach ruhig. So, dann verwandle du dich schon mal. Ja, mach ich. Ich gucke mal, das kann ich mir jetzt am besten. Boah. Sieht schon. Nehme ich mal. Du musst aber auch weggehen, ne? Sonst siehst du ja direkt schon meinen. Ja, ich muss erst mal hier einen coolen Charakter nehmen. Okay, ich habe einen. So, ich verstecke mich jetzt. So, nehme ich mal hier. Ja, könnte man das nehmen oder lieber das hier. Ja, bist du bereit? Warte, ich muss auch wegfliege, äh, weglaufen, meine ich. So. Okay, ich bin versteckt. Bist du versteckt jetzt? Okay, ich komme jetzt hier gerade als Super Mario. Ich habe jetzt hier auch meine ganze, oh, ich kann sogar richtig sprinten, Alter, wie ich hier aussehe. Also das Ding ist, ich sagte, ich werde dich hier in Rekordzeit finden. Bist du bei der Farm versteckt, sagst du? Ähm, naja, vielleicht auch da irgendwo im Umkreis hier, bei der Farm, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gucken wir mal hier, ob ich hier irgendwas Suspektes hier finde. Ich bin auf jeden Fall der komisch aussehende Super Mario auf der ganzen Welt. Okay, hier vorne, hier vorne ist, was ist denn hier? Hier ist ja noch so ein bisschen das Haus am Start, ne? Ja, da bin ich bei dem Haus, du hast mich gerade fast schon gesehen eigentlich. Bist du hier in der Hundehütte? Ich habe dich ja schon fast gesehen, wie soll das denn gehen? Wer weiß, vielleicht bin ich ja genau bei der Hundehütte gerade am warten, ne? Okay, warte mal, ich gucke mal gerade trotzdem jetzt hier. Hier ist irgendwie, hm, bist du beim Haus drin? Kann man ins Haus reingehen? Wie geht das? Ja, ich bin immer ausdrinnen, so. Ich kann mich überspringen. Wie du aussiehst du, so ein Mii, Mario. Als ob du mich siehst, wo bist du denn? Bro, du bist so ein Mies. Ich bin jetzt schön zu den Autos, aufentspannt. Ich bin keins von den Autos. Glaubt man nicht, dass ich dich da verstecke? Ja, ich muss hier nur einmal ganz kurz rauskommen, deswegen muss ich mir einfach aufs Auto raufgehen. Ah, okay, okay, okay. Also ich bin auch nicht da bei dem Bereich, wo du gerade bist. Ich bin woanders. Du bist woanders? Okay, warte, dann gehe ich nochmal, oh Gott. Dann gehe ich hier nochmal ganz kurz zurück, dann werde ich hier auf jeden Fall einen anderen Weg finden. Ja, mach mal. So, gehe ich nochmal ganz kurz. Alter, du bist aber schneller, Mario. Ja, ich bin schneller, Mario. Okay, das heißt, hier ist schon mal der Bereich abgesichert, ne? Alles entspannt. Was könnte denn sein, Alter? Was könnte ich sein? Glaubst du, ich bin ein Gegenstand oder ich bin irgendwie ein Mensch oder sowas? Bist du der Ball dort? Nee, bald bin ich auch nicht. Bald bin ich auch nicht. Aber du bist jetzt nicht in der Sandkiste, oder? Ich bin auch nicht in der Sandkiste. Hä? Aber er hat mal ein krasses Versteck gewesen. Oh, ich sehe gerade auch ein krasses Versteck da unten. Wo könntest du denn sein? Hier, bist du die Vogel, du bist die Vogelscheuche. Du bist die Vogelscheuche. Ich bin das nicht. Ich bin die Vogelscheuche. Gott, hier ist voll dunkel. Willst du aber hier in... Geh weg. Willst du in diesen dunklen Raum? Ich habe noch nicht, oder? Vielleicht finde ich doch die Vogelscheuche. Ja? Okay. Easy. Hohe ich dich jetzt hier. Nein, geh weg von mir. Aua. Aua. Oh, ich bin das nicht. Was bist du gar nicht? Ich bin das nicht. Nee. Hä? Ich bin jemand anderes. Nein. Nein. Was ist? Sag jetzt nicht, du bist oben dieser komische Vogel. Hä? Was für einen Vogel siehst du? Hä? Oh Gott, das bist du. Was siehst du für einen Vogel? Hey, der fliegt weg. Der fliegt weg. Loh, den sehe ich auch. Der fliegt ja echt weg. Nein, nein, das bist du. Was ist das für ein Vogel? Das bist absolut du. Was ist das für ein Vogel? Das bist du. Jetzt bleib stehen. Ich habe dich. Wo bist du? Wo bist du? Da. Au. Aua, aua. Ja, du hast mich gefunden. Ich bin der Vogel. Ey, aber echt gutes Versteck da oben eigentlich. Da habe ich echt nicht gerechnet. Ja, ich bin eine Möwe einfach. Okay, ich verwandle dich hier. Ja, verwandle dich. Ja, verwandle dich. Dann suche ich dich gleich. Okay, okay. Ich muss dich kurz zurück verwandeln. Ja, passt, passt. Nehmen wir mal hier. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade schon das Ding bekommen, was ich, du darfst noch nicht gucken. Ich muss mich noch ganz kurz gerecht verstecken. Bleibt nämlich der Vogel, weil dann kann ich nämlich rumfliegen und mich von oben gucken. Das ist halt auch krass, ne? Okay, okay. Wenn du das sagst. Was ist hier denn? Hier sind so Bienen. Also, ich muss sagen, ich bin versteckt. Ich bin versteckt, ja. Alter, was sind die krasse... Au, oh mein Gott, die Bienen, Bro, die haben mich geholt. Oh, woher holt die mich? Aber egal, jetzt bin ich hier gespawnt, jetzt passt das. Du bist schon versteckt, sagst du. Ich bin versteckt, ja. Ich sehe dich sogar auch. Cooler, cooler Vogel bist du auf jeden Fall. Welche Richtung bist du denn versteckt? Ja, ich bin auch die Möhre. Das heißt, du bist locker hier irgendwo hinter dem Haus, oder? Ja, auf jeden Fall. Bist du hier bei der Farbe? Bist du bei der Farbe? Auf jeden Fall bin ich da gerade. Bist du nicht. Ich bin da zu 100%. Dann bist du locker beim Spielplatz hier hinten, oder nicht? Nein, was soll ich denn am Spielplatz machen? Ich geh mal hier auf die Wippe rauf. Bist du die Wippe? Ich weiß, ich sehe es. Ich sehe es. Ja, geh ruhig auch noch aufs Karussell, wenn du willst. Oder auf die Rutsche, ja. Rutsch mal von unten nach oben. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall, ne? Cooler Vogel. Du bist der Ball hier. Ja. Ja, das hättest du wohl gern, ne? Das hättest du wohl gern. Hä, was bist du? Tja. Bist du der Trecker? Der stand hier doch eben nicht, oder? Da stand hier eben echt nicht, der rote Trecker. Ich weiß auch nicht, wie er da hinkommt. Wo siehst du, dass der rot ist? Bist du im Wald hier versteckt, oder was? Nein. Du locker bist du hinter irgendeinem von den Bäumen, oder? Ich würde doch niemals hinter irgendeinem Baum sein. Bist du der Stein? Was ist hier der Stein? Kann man so ein kleines Monster überhaupt sein? Nee, ich glaube nicht. Nein. Wo bist du? Bist du hier irgendwo? Wo bist du dieser Baum hier, oder was? Hä? Wo sollst du denn sein? Hä? Warte mal. Hä? Der Baum hat Augen. Das bist du. Das bist du. Ich glaub's nicht. Bro, ich hab's nur erkannt, weil einfach kein Baum Augen hatte. Baum hat ja auch Augen, ey. Sonst hätte ich nicht erkannt. Digga, was ist das denn? Der tanzende Baum, oder was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Alter, nicht schlecht. Bro, ich hab's nur erkannt wegen den Augen. Ey, weil ich wollte mich auch in dem und eigentlich umdrehen, aber das Ding ist, man sieht ja den Schatten und so dann auch. Ja, stimmt, stimmt. Mann, ey. Oh, wenn du jetzt nicht mal andersrum entstellen müssen, dann hätt ich, glaub ich, nicht erkannt. Ja, ich, ich weiß, aber ich, ach man, aber es war echt krasses, krasses Ding, oder? Ein krasses Tier. Ein krasser, ein sehr, sehr krasser Versteck. Okay, ich geh auch wieder ran hier. Ich nehm mal was Neues. Ich muss mich kurz verwandeln in eine neue Person. Vielleicht auch jemand, der fliegen kann. Ich glaub, ich nehm dafür, oh, das Ding kann, glaub ich, nicht fliegen. Bist du endlich fertig? Ich bin versteckt. Ich bin auch ein krasses Haus. Okay, äh, ich bin das Bananenmonster. Ich bin, du bist ein Haus? Wie, du bist ein Haus. Ich bin kein Haus, ich bin kein Haus. Ich bin einfach nur krass versteckt jetzt gerade, würde ich sagen. Oh Gott, okay. Boah, ich sag dir, du findest mich niemals. Ich werde einfach gewinnen und damit die krasseste Kreatur der Welt sein. Ey, du wirst niemals gewinnen, was denkst du denn? Ey, sagst du, ich guck mal kurz ein bisschen. Und zwar hab ich dich hier eben schon langlaufend mit deinem Bananenbein. Hä, wie soll das denn gehen? Wo denn? Wo bin ich denn jetzt gerade, hä? Wo bin ich denn jetzt gerade, Kollege? Ja, 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 ja. Das wüsstest du wohl gerne, dass ich dir das sage. Ja, weil du es gar nicht weißt. Das heißt, du bist gar nicht hier. Kann man das hier im Verstecken, nein, ne? Hallo, wo bist du? Ich weiß genau, wo du gerade bist. Du bist gerade bei der Windmühle davor, ne? Bist du da zu? Oh Gott. Geh mal rein in die Windmühle. Hä? Wie hast du das jetzt gesehen? Oh mein Gott. Entweder bist du da hinten oder du bist hier. Geh mal rein in die Windmühle. Bist du in der Windmühle jetzt drin oder was? Wo könntest du jetzt gerade sein? Ich seh dich hier nirgendwo. Gute Frage. So, ich könnte mir jetzt das überspringen diesmal. Vielleicht finde ich ja bei den Mähdreschern. Bei den Mähdreschern, sagst du? Ja, ja, ja. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Aha. Okay. Oh Gott, ich breche mir mein Bein gefühlt gerade. Ja, ich seh dich gerade. Jetzt gerade sehe ich dich nicht mehr. Wo bist du? Hey, geh mal zu den Mähdreschern. In welche Richtung bist du gelaufen? Ich glaube, ich weiß nicht, wo du bist. Ich glaube, Mähdreschern. Sind das da vorne die Mähdrescher? Oh, das ist der Dinger, die da auf dem Feld stehen, die Trecker und der Mähdrescher. Ja, okay, okay, okay. Ich finde dich schon. Kein Problem. Bist du da irgendwo was tun? Ich seh dich da auf dem Feld. Bist du die Schubkarre oder was? Ist das da eine Schubkarre? Alter, jetzt nicht. Ja, geh mal hinter zu dem kleinen Trecker. Geh mal hinter. Jetzt. Ich bin der große Mähdrescher. Ich bin der große Mähdrescher. Du bist der große Mähdrescher? Ja, ich bin das. Er hat aber keine Augen. Du musst gar nicht so vorne rangehen. Hallo? Ich muss gar nicht Streifen streicheln. Ja, wo bist du denn, Alter? So locker die Schubkarre. So locker hier die Schubkarre. Ah, nein. Verdammt. Bin ich vielleicht doch nicht. Du bist nicht die Schubkarre. Bin ich vielleicht doch nicht die Schubkarre. Okay, warte. Dann bist du locker hinten, Alter. Dann bist du jetzt locker hinten. Wie, wo bin ich? Die Banane. Alter, was springt das denn so los zum Zaun, ne? Die Banane gibt Gas. Boah, die Banane ist super am lossprinten. Ja, schön die Strohballen anfassen, ne? Schön entspannt die Strohballen anfassen. Bist du neben dem Schwein hier oder was? Bist du hier da, wo du hingehörst? Ich bin vielleicht ein Schwein, wer weiß. Bist du ein Schwein? Film mal eins von denen. Vielleicht bin ich das ja. Ey, das wäre richtig krass, weil die sehen beide gleich aus. Schön außen dran rumlaufen, jetzt hier da reinspringen. Macht das viel Spaß? Sag mal, ich komme nicht hoch jetzt gerade, ne? Macht das richtig viel Spaß oder was? Und rein, dann. Jetzt schön das Schwein holen. Das ist Pig? Noch ein... Nee, nee, nee. Ich sehe die Namen von denen dann. Das bist du auf jeden Fall nicht. Was? Alter, hier ist ja noch ein richtiger Wald, sehe ich ja gerade. Boah, der sieht krass aus, ne? Hier sind nämlich einfach sogar drei Schafe. Du musst doch locker eins von denen sein, Kaspar. Locker bist du. Vielleicht bin ich auch eins davon. Ist das Schaf hier? Nein, das ist nicht so ein Schaf. Was ist hier für ein Ding? Vielleicht bin ich auch die Kuh. Oh mein Gott, du bist die Kuh. Hä? Hör auf, sie wegzulaufen. Nee. Ich bin nicht die Kuh. Das ist nur normale Kuh. Hä? Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, okay? Ja, was denn? Ich bin in der Nähe von so einem Kürbisstand. Au, au. Was ist ein Kürbisstand denn? Hä? Du warst da eben schon. Du hast es eigentlich eben schon gesehen. Okay, warte. Ich gehe kurz zum Kürbisstand. Oh, ich muss erst mal weglaufen. Hier sind die ganzen... Niemals sehen. Hier sind die ganzen bösen Dinger. Hä? Und hier ist jetzt... Was ist denn? Hä? Wo bist du denn? Ja, schön da langlaufen als Banane, ne? Hä? Wie siehst du mich denn? Schöne, eckige Banane sein. Schöne, eckige Banane sein. Hier ist auch... Ah, hier ist auch noch ein Kürbisstand. Okay, okay, okay. Warte mal. Hier... Nee, hier sind Orangen. Hä? 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 Oh mein Gott, hörst du das? Die Geräusche? Hä? Das Knurren. Wo kommt denn das her? Nein! Nein, du bist... Du hast mich gesehen. Du bist einfach eine Schlange. Ich glaub's an ich, Alter. Ich glaub... Au, au. Einfach in so Rasenfarben, ne? Alter, richtig verrückt, ey. Richtig verrückt. Okay, ich würde sagen, versteck dich nochmal. Also, verrat dich nochmal und dann versteck dich. Ey, du wirst mich... Ich sag dir, du wirst mich niemals finden. So. Ich will nicht. Profi. Nein, nein. Ich hab jetzt absolutes... Ich hab jetzt absolutes Mega-Versteck. So, ich muss noch einmal ganz kurz, äh... Ach wohl... Ich versteck mich hier gerade ein bisschen in der Nähe. Du wirst mich auf jeden Fall niemals finden, sag ich, ne? Ich hoffe mal, dass du jetzt nicht so übel zweit weggehst. Na, ich schon so... Ich kann mir vorstellen, dass du so ein Schaf bist oder so. Ein Schaf? Nein, nein, nein. Du bist locker gleich eine Kuh oder irgendwie sowas. Okay, also... Ich würde sagen... Bist du versteckt oder was? Ich bin absolut versteckt. Ich flieg schon mal los. Ich hab nämlich hier meine Möbel wieder. Dann krieg ich mal von oben. Ja. Ey, du wirst mich niemals... Du wirst mich niemals finden. Niemals. Oben seh ich dich hier jetzt gerade nicht. Bist du einer von den Hunden? Locker. Ja, natürlich bin ich einer von den Hunden. Ganz... Ganz normal. Nee. Bist du da eins von dem Schwein? Kannst du auch zu den Windrädern gehen, ne? Die sind nicht so weit weg gerade von dir, sehe ich gerade. Ja. Was? Ey, die sind schon weit weg. Das heißt, was ist auf jeden Fall falsch gesehen. Das bist du nicht, ne? Nö, ich bin nicht das rechte Schwein. Hör auf, das Schwein zu kingsen. Wo siehst du mich? Hör auf damit. Locker Wald hier. Bist du bald hier hinten? Äh, 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 äh. Bist du im Wald hier? Du findest mich niemals. Ich bin... Nein, nein. Du findest mich niemals. Bist du nicht im Wald? Im Wald bin ich auch nicht. Im Wald bin ich auch nicht. Nee, warte mal. Dann bist du... Ich weiß, wo du bist. Oh mein Gott. Wieso? Nein. Wieso? Das glaub ich nicht. Du bist in der Scheune. Hä? Ja. Was soll man da reingehen? Ja, bin ich. Ja, wo war... Wo wusstest du das? Los, find mich. Hä? Voll dunkel hier. Als hätte du wirklich hier dringend. Ja, ich bin in der Scheune. Oh, das ist krasser Versteck, Alter. Als wenn du hier bist. Hab ich dich jetzt gefunden, oder was? Bist du hier? Ich weiß nicht. Bist du draußen? Ja, ich war in der Scheune auf jeden Fall. Ich war in der Scheune, ja. Hä? War schon nah dran jetzt gerade. Vorne? Beim Kürbisstand irgendwo? Locker bist du hier. Bist du überhaupt bei diesem Tierplatz da? Bist du überhaupt bei dem? Nein, da bin ich nicht. Nein, nein, da bin ich nicht. Okay, das heißt, du bist bei der Windmühle, oder was? Ja, total. Hä, auch nicht? Los, greift er die Vogelscheuche an. Die Vogelscheuche? Warte mal, was ist der? Bist du das hier, oder was? Ja. Ne, die war aber auch die ganze Zeit schon da, das weiß ich noch. Hä, was sollst du sagen? Du bist ein Strohballen. Locker bist du ein Strohballen. Ja, ich bin ein Strohballen. Das wird dir jetzt mal unter die Lupe genommen. Ne, das bist du nicht. Bist du das hier? Auch nicht. Ja, ich weiß. Ist ganz, ganz komisch, ne? Wie man so ein Strohball sein kann. Schaut hier nicht eben. Schaut der Gartenzwerg eben hier noch? Hä? Ich bin ein schöner Gartenzwerg. Ich bin ein schöner Gartenzwerg. Schaut hier eben hier noch. Bist du der Gartenzwerg? Ne, oder? Was? Du bist der Gartenzwerg? Stehen bleiben, hier spricht die Möwenpolizei. Nein, lass dir mich in Ruhe. Ich hab dich gefunden. Einfach ein Gartenzwerg. Ja. Och Mann, ey. Und zwar werden hier heute ganz, ganz schwierige Fragen gestellt. Und zwar, welches Tier ist am größten Möhlkern? Das ist doch ganz leicht. Der Löwe, guck mal, wie groß der ist. Der ist schon echt sehr groß, ne? Also eigentlich ist es am größten. Und? Ha! Als ob das richtig war. Es war einfach richtig. Okay, das heißt, eigentlich sollte man auf das Tier klicken, wo das Elefant ist. Aber es war ja gerade theoretisch am größten, der Löwe, ne? Okay, wie kann man diese Blume erblühen lassen? Äh. So? Ne. Oh mein Gott, die Sonne ist da. Hat das gereicht? Ja! Okay, was für eine schöne Blume. Okay, sehr gut. Stecke den Elefanten in den Kühlschrank. Könnt ihr den Elefanten kleiner machen? Ich überlege, ob ich kann den kleiner machen? Könnt ihr... Könnt ihr... Geht die Tür auf? Ne, oder? Klick mal auf die Kühlschranktür. Oh mein Gott, man muss draufklicken. Das ist doch aber kein Kühlschrank. Hä? Anscheinend ist das ein Kühlschrank, okay. Was ist uns näher? Ähm. Ich würde sagen... Der Mond? Die Wolken? Oh nein. Ich glaube, dann eher die Sonne, ne? Äh. Der Mond? Ähnlich? Oh mein Gott, was ist uns näher? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ey, mein Gehirn wird noch explodieren. Ich sag's jetzt. Wie viele Pizzastücke sind hier zu finden? Sechs? Ne, fünf, oder? Da ich ein Profi bin in den Spielen. Ich sag, unter den Pizzastücken sind noch mehr Pizzastücke versteckt. Oh mein Gott. Guck. Ich hoffe es. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Das ist krass. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter. Wirklich Möcker... Hä? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Neun. Hä? Alter. Haben doch alle eigentlich berührt, oder nicht? Eigentlich schon. Man kann nie genug Pizzle haben. Ja, das stimmt. Ich hab den Rennfahrer auf dem zweiten Platz überholt. Welchen Platz hab ich jetzt? Den zweiten. Das ist richtig. Ja, nicht der erste, ne? Wir haben den zweiten überholt. Ausgetrickst. Ausgetrickst. Wisch nach links, um den Bildschirm zu sperren. Okay. Wollen wir es nach links wischen? Ah. Oh. Okay. Bitte füttere die Katze, sie hat Hunger. Okay, das geht schon mal nicht. Äh. Okay, alles klar. Du bist smart unterwegs. Das Wort Katze zählt ebenfalls. Wo ist die grüne Kugel? Weißt du, was wir machen müssen, Möckern? Die Farben zusammen. Die Farben zusammen mischen. Und dann ist die Kugel. Da ist es. Weil gelb und blau ergibt grün. Okay, was stimmt mich mit diesem Bild? Ähm. Was könnte hier nicht stimmen? Es ist eine Halloween-Party, also eigentlich ist alles richtig. Außer, ja, der Pirat. Nee. Hä? Der Kuchen. Oder nicht? Was stimmt nicht mit diesem Bild? Ähm. Sehr gute Frage jetzt gerade, ne? Hä? Was soll die nicht? Der Kimmel ist? Ich klicke gerade auf alles. Mal gucken, was passiert. Oh mein Gott, er hat sechs Finger. Oh mein Gott, krass. Welcher Monat ist am längsten? Ich weiß es. Jetzt ist die Frage. Von den Tagen auf den Buchstaben. Buchstaben. Ja. Weil Februar ist am kürzesten, ne? Oh Gott. Ich fange fünf, drei Fallen Äpfel. Hä? Oh nein. Nein. Jetzt kommt keiner mehr von oben. Doch, doch. Hier. Ja, okay. Die müssen fallen und nicht steigen, ne? Seit wann können Äpfel fliegen? Ja, das stimmt. Die Katze muss auf die andere Seite springen. Äh, springen. Oh, was hast du gemacht? Oh nein. Okay, warte mal. Pilz? Ah, was? Okay, einmal Mario Katze geworden. Super Mausio. Oh Gott. Schalt ihn aus, sonst kocht er über. Oh, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Gehirn muss man richtig anstrengen bei solchen Sachen. Okay, jetzt wird es interessant. 4 plus 5 mal 5 minus 2. Punkt vor Strich Rechnung. Punkt vor Strich. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall 25. 29. 29. 27. Und 27. Das kann aber nicht richtig sein. Alter, easy. Na ja, das ist die grundlegende Mathematik. So sieht es aus. Tippe in der Reihenfolge auf die Zahlen 1. 49, 80, 5, 7, 11 und 101. Okay, 1, oh nein. Oh nein. 49, 11. 7, 5, 80, 101. Nein. 1, 49, 80. Okay. 1, 49, 80, 7, 5, 11, 101. 5, 7, 11. 1, 49, 80, 5, 7, 11. 3, 8, 8. Oh, ich freuide kein Wunsch. Du kannst dir gute Dinge merken. Ja, hat doch drei Versuche gebraut. Wie lautet die versteckte Zahl? Okay, warte mal. Hä? Warte, ist es gleich 100 oder was soll es sein? Ne, ist es minus 100. Das heißt, wir haben, hä? Von 5, das sind 10 plus nochmal 10 plus nochmal 10. 35. 35? Ja. Hä? Hä? Nein, ich glaube, versteckte Zahl. 75. Oh mein Gott, du konntest den Stein wegheben. Das Ding ist, es ist zu simpel, um zu denken, dass es die Wahrheit ist. Ja, man. Wie viele Monate haben 28 Tage? Einer. Alle? Hä? Alle Monate haben 28. Oh mein Gott, du hast... Oh mein Gott, Alter, Leon. Das war doch jetzt... Komm, Bro, bitte hilf dem Jungen. Hier. Ah, okay. Er freut sich. Wir haben ihn gerettet. Wo steckt das schwarze Schaf? Hä? Das schwarze Schaf? Ist er irgendwo auf dem Bildschirm versteckt? Ich kann nichts berühren. Das heißt, das muss er irgendwie... Nein. Nein. Also, ob das jetzt auf jemanden ziehen kann... Nein. Oh mein Gott. Da ist es ja. Alle waren schwarze Schafe. Alle waren schwarze Schafe. Womit endet das Alphabet? Mit dem T. Weil das Wort Alphabet... Alphabet endet im T. Oh mein Gott. Na, hast du Z eingegeben? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Auf unserer Katzenparty gibt es einen ungeladenen Gast. Komm, unten links, zeig uns den Rücken. Oh, wir sind die Maus gesehen. Stimmt. Mal sehen, die zeigen uns echt den Rücken, die Katze, ne? Die fiese Ratte. Rette sie. Oh Gott. Äh... Nimm den Stein. Nichtsieb! Hä? Kannst du den Stein in die Wolke reinpacken? Warte mal, ich kann doch die Katze... Alter, ich kann ja voll viel bewegen. Okay, es regnen Katzen vielleicht. Kannst du das Messer immer aus der Hand wegnehmen und einfach... Oh? Hä? Okay? Ich hab die Wolken aneinander gemacht. Okay, fange die Maus. Oh Gott, nur Kant. Oh Gott. Okay, wir gehen jetzt hier rechts. Runter, rechts. Also ich hab den Weg schon gesehen. Hä? Geht nicht, ne? Gehen wir nochmal an den Anfang? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ey, wirklich. Ohne Witz. Der hat mich fast ausgedrückt. Ja, wir haben geschummelt. Ja, kann passieren. Die Katze hat schon wieder Hunger. Bitte hilf ihr. Okay, wir machen mal das Ding hier an. Legen das da drauf. Hä? Hä? Und aus der Fischbanken kommt ne Maus. Alles klar. Mach, dass sie sich verliebt. Hä? 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 Bitte tippe auf die Kälber. Hier, oder nicht? Oder? Oh. Qual. Oh, nee. Hä? Oh. Oh. Ja. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Ey, ohne Witz ist es so schwierig. Welche Katze sitzt ganz rechts? Das ist ein... Hä? Nee, das ist... Hä? In der Mitte? Hä? Ähm... Ist das eine andere Karte, die ich nicht sehe? Nee. Die oben? Welche? Kannst du irgendwie... Schieb mal so nach rechts oder nach links auf den Bildschirm. Oh. Oh mein Gott. Okay, crazy. Alter, was? Okay. Finde die Unterschiede. Äh, okay, du guckst mit auf jeden Fall, na? Ja. Na, die Unterschiede sind ja eigentlich oben. Klick mal auf Unterschiede. Okay, wäre zu schön. Das ist schön. Ich habe in dem Fall bis jetzt so nichts entdeckt. Das kann ja sein. Null. Alles... Oh mein Gott, es sind Null. Wie viele Löcher hat das T-Shirt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben acht. Weil auf... Es ist beidseitig, die Löcher. Lama kann durchgucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Mölkern. Okay. Let's go. Drei D-Denken. Okay, zwei plus drei ist gleich sechs. Fünf plus sechs ist gleich 30. Zwei plus eins ist gleich zwei? Hä? Hä? Das ist kein Pluszeichen, sondern... mal genommen okay dass wir oh mein gott jetzt gilt weil drei versachen ist ja elf macht das das auto die brücke überqueren kann okay dann muss ich den riss irgendwie füllen ich weiß es nicht ich drücke schon alles hier wie es geht über dem bildschirm swipe nach links und rechts ist auch die brücke überqueren kann ich muss man mann hatte es keine ahnung sondern es gehen vielleicht muss ich die brücke auch einfach zusammenhalten weißt du ja zusammengehalten einfach muss sie gedrückt halten es muss zu seinem auto um den zorn ist und kommen er muss okay easy peasy das war ganz knapp wo ist die katze über dem text kannst du die katze über den text ziehen oh mein gott du kannst den text über die katze ziehen oh mein gott was okay äh level 37 jetzt haben wir hier oh gott tic tac toe also ich weiß die antwort ich weiß es wie weißt du denn die antwort naja wie viele schnittstellen haben die oh mein gott okay vier ich bin schlauer als ich dachte ich bin selber es ist zu dunkel ich kann meine katze nicht finden äh ich mach mal das licht an naja dann licht an irgendeine glühbirne nehmen von denen von denen wo diese hinweis glühbirnen oh mein gott oh mein gott oh mein gott ist das gut bro was okay das ist echt krass erreiche das ziel bevor die zeit abläuft ah 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 ja okay kannst du den knopf drücken ah ja du konntest das zerbrechen ich hab's kaputt gemacht alter was ey die gläser müssen sauber sein bevor unsere gäste kommen okay die gläser sauber gewischt ja ich bin der absolute beste reiniger wo ist mein kaninchen äh und nein du bist jetzt ein kaninchen erschaffen als was wirklich aus dem kaninchen gib die höchstmögliche zahl ein easy 200 ok 15 mal 15 mal 2 200 hä das ist doch 720 noch nicht gib mal 999 ein ist die höchstmögliche zahl die man da machen kann oh mein gott nein oder hihihi ja mann warum kannst du das so gut ich weiß auch nicht mach das das baby auch für zu weinen bitte ok pass auf baby baby nimmst du das bitte und schmeißt es auf das baby ne hier über milch auf zu weinen meine ohren meine ohren baby streichel mal das baby ich mach schon über den kopf ich streichel es geht nicht ich streichel schon wie so ein verrückter drück mal auf den mund drauf ja passiert nix hä wo ist mein schokoladenei äh hier warte mal mal gucken ob das schmilzt so schmilzen die ah da ist es nämlich ich wusste es ok sehr gut dann timmy hat hunger bitte füttere ihn dann timmy einmal salz rein bisschen kälter machen bisschen kälter machen füttern füttern yeah blau muss das rennen gewinnen okay äh ich würde sagen dann los nein Leute voll verloren ok pass auf ich kann es am besten machen dass die kaputt gehen oder so hm kannst du das ziel bei uns nirg als ob ah ja also richtig gut also was war das ok lass das rote das rennen gewinnen äh ok dann los hä hey aus dem weg partner kannst du die kannst du die flagge auch nicht hä du kannst es nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott was verbrenne alles ok dann verbrennen wir alles ah ha ah ah das wort alles wird verbrannt sehr gut das soll es auf jeden Fall gewesen sein freunde wenn ihr von da mehr sein möchtet lasst gerne ein like und ein abo da checkt euch das video aus einfach gerne drauf klicken haut rein bis morgen tschau tschau